Und es geht weiter. Wir können uns etwas Zeit lassen, müssen hier nicht in bestimmter Zeit fertig werden mit dem Stream. Oh, da stehen aber viele. So, erst mal die Alarmanlage deaktivieren, muss ich sagen. Und schon mal weiter. So, erst mal die Alarmanlage deaktivieren, muss ich sagen. So, erst mal die Alarmanlage deaktivieren, muss ich sagen. Und dann die Alarmanlage deaktivieren. Das war's für heute. Ich hab dich! Ich hab dich! Ah! Verdammte Flammen! Ich bin Papel! Ich bin Papel! Ich hab dich! 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 Hey, Will! Ich hab dich! 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 Warte mal. Es gibt keinen Kommen. Ein Moment, das ist Trunkfutter. Und, wenn's, jawohl. Ich kann nur noch Teilsachen sagen. Okay. Okay. Dann geht's. Okay. 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 Oh genau. Nach oben. Hey! Hey! Ich liebe es wenn sie verschmerzt. Oh oh. Oh oh Warum? Warum sind die jetzt gekommen? Kann mir das mal jemand sagen? Oh ja Warte, das steht auf dem Kopf? Das? Aha Ja Das wird wirklich, oder? Das ist doch nicht so. Lägg schon! Lägg schon! Mohen? Wohin? Ägypter in Alexandria. Dann werde ich es finden. Na los, hol das Fell. Ich komme durch. Ich muss mich nur ein bisschen ausruhen. Dann werde ich den Priester treffen. Wasch meinen Namen rein. Sollte ihn vielleicht absetzen lassen. Achtung! Aus dem Weg! Sollt! Papa! Oh! Oh! Oh, nicht schon wieder so viele. Und lauter Zehner. Da sind alle versteckelt. Ist es nur einer oder nur zwei? Denk schon mal hier hin. Okay. Also. Also. Oh, was ist denn jetzt? Oh, was ist denn jetzt? Oh, was ist denn? Ich gehe hysterisch kochen. Und hier ist so Linda? is das G Böyle? Oh, was ist der? Ja, ich gehe los. Ich gehe mal an. Sch. Was ist das? Tag her. Der Gerber hat uns belogen. Das Fell ist wertlos. Du kennst die Griechen. Wenigstens war es einfach, ihn zu bestehen. So viele Fell. Alles ist besser als Fischen. Ich hab immer noch den Krokodilgeruch in der Nase. Welches Fell wird der Gerber als nächstes ruinieren? Sein eigenes. Sein Gesicht sieht schon aus wie Leder. Das kann nur besser werden. Ich hab immer noch den Krokodilger. Der Gerber der Gerber hat den Krokodilger, der sich in der Gäste empfunden hat. Und das ist ein Keine. Starker ist in der Krokodilger. Das ist ein Keine. Die Krokodilger. Der Gäste empfunden hat sie jetzt. Musik Der Kall trägt ein Magi-Eye-Abzeichen. Was tot ist? Schau bitte, Entschuldigung. Der mag das nicht. Entschuldigung. Also, Entschuldigung, wenn ich jetzt so gilt kämpfe, dass dann gleich das Ding hin und her steht. So, bestätigen wir seinen Tod. Das ist das Fell? Oh, das arme Tier. Blau ist keine Farbe für einen Löwen. Oh, das ist ein Töter. Oh, das ist ein Töter. Oh. Was ist das? Ich sitze ja gar nicht mehr auf meinem Pferd. Nein. Oh, wir steuern heute schlecht. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, es ist ganz wunderbar die Möglichkeit Brandpfeile, und die sind viel tödlicher, zu erzeugen, indem man seinen Pfeil über eine Brandquelle hält. Da. Oh. Der Mann ist ein Dieb! Friede, Theon. Er sagt, er hätte nichts gestohlen. Willst du? Ich bin das Opfer hier. Mein Fell wurde gestohlen. Wenn du es zurück willst, zahlst du ihm eine Entschädigung. Und tust Buße, indem du vor Serapis niederkniest. Das ist deine Antwort, Priester? Erpressung? Na gut. Ich fürchte, Serapis und ich haben noch einen weiten Weg vor uns. Und dir wünsche ich eine gute Reise, Bruder. So. Wir sind Level 12. Und wir sehen uns im nächsten Stream wieder. Und wir sehen uns im nächsten Mal. 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 Vielen Dank.